Warum hast du mir das angetan? Schaffst du meinen Bekannten nach an? Du hast jetzt meinen neuen Freund. Zwei Wochen lang hab ich nur ein Glückwein. Schaffst du, hey, dass ich dich kenne? Und ich lieb dich immer noch so sehr. Ich weiß, was dir an ihm gesetzt hat. Er ist auf dem Tisch, ja, geht. Du liebst die Uhr, weil man kein Auto hat. Und ich gehe ich, ein Silberrück und ich schwein. Was liegt deinem? Mein ist alles, wer dich nicht reichen. Ich werd die Herzen einer Medienmännchen, die mich anzahmen, der in der Zeit durchsteht. Doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät. Zu spät, zu spät. Dann ist es zu spät. Du bist mit ihm in der Ruhle gewesen. Ich hab dir nur auf den Prozessen vorgelesen. Und du warst mit ihm in Essen, natürlich von Fritz. Bei dir leuchtet. Und das ist ja der Gedanke. 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 Ich wollte ihn verkrügen, deinem Supermann. Ich wusste nicht, dass er auch ganz gut hinlangkommt. Alles klar, wie zählt ich nicht reichen. Und das hat die Herzen einer Medienmännchen. Dramatische, mit dem Projekt evtlert wurde jetzt liters. Doch dann tut es hinein. Wo es ist zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät! Doch dann ist es zu spät. Zu spät. Doch dann ist es zu spät. bravo, bravo, bravo wo da hinten συν und jetzt singt ihr mal ihren Spaßmetern Wenn die Herzen aller Wegen trinken, dass du nichts anstrahlst. People, listen to yourself! Eines Tages will ich mich rechnen. Das habt ihr wirklich sehr, sehr schön gesungen. Und wenn ich mich jetzt nicht total verguckt habe, dann sind einige von euch sogar beim Singen gesprungen. Jetzt sind ja zwei Sachen auf einmal. Jetzt wisst ihr euch, was uns hier traut. Aber er ist nicht Berlin, wir haben immer auf euch geballt. Ich hatte ja noch nicht den Text. Ich wusste nicht, dass du weitersprichst. Tut mir leid, wir haben noch 10 Minuten, um zu streiten. Stimmt, 10 Minuten haben wir noch. Ah! In 10 Minuten können wir weinen und wir können lachen. Wir können natürlich auch noch paar ernsthafte Laulas machen. Aber vielleicht singen wir einfach noch ein bisschen zu spät. Da wissen wir wenigstens genau wie das geht. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Oder etwas langsamer. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Das ist sehr lobenswert. Du kamst mir gerade sehr angepisst vor. Ach, ich angepisst eigentlich. Guck doch mal hier die Wuhle an, wir sollten da angepisst sein. Wir haben noch sehr viel vor. Wir wollen. Wir wollen alle Leute, die heute hier und morgen hier sein werden, doppelt beglücken. Sollte uns beim Konzert nicht gelingen, werden wir sie nach dem Konzert Herzen und Drücken, wir werden jedem einzelnen Komplimente machen. Und danach ist es was. Wir werden euch bis alle lachen. Das können wir. Denn wir sind die Band mit den 200 Fingern. Finger sind das nicht an den Händen, die Dingern? Ja, und zwischen den Beinen. Ach, das sind auch Finger bei dir? Fingerchen. Wundert mich jetzt aber auch Janisch. Mir. Mir. Was sollen wir sagen? Da macht sich einer unter seiner Bassanlage bequem. Na ja, der tut sich ja schon eine ganze Konzertfremd schämen, weil es da ist. Da macht sich nicht mehr schön. Ich werde die ganze Mal am Himmchen brechen. Dann bin ich ein Star und du leuchst nicht an mir her. Doch dann ist es zu spät. Dann bin ich dich nicht mehr. Zu spät. Toch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Weil die Besse mehr werfen wie es, von mir vous bash. Bo Brexitter entspärkt. Untertitelung des ZDF, 2020